In Dallas ist das so, dass dieser durchaus schwierige Mensch Holger Gschwindner während des Mannschaftstrainings vom Haupttrainer gebeten wird, ob er mit fünf anderen Spielern nochmal Wurftraining machen kann. Das ist, glaube ich, eine super spezielle Konstellation. Der Mann rennt durch die NBA Finals ohne Akkreditierung. Während jeder andere Security-Mann sagen würde, geh woanders hin, sagen die, ho, go, ho, go.